Hier präsentieren wir die 5 beste Geflüge Rupfmaschinen Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. KUKO 30 cm Rupfmaschine und Brühmaschine im Seed. Ein ideales Duo für den Umgang mit Vögeln. Dieses Seed hat ein unerreichtes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die KUKO-Twerzen-Vorrichtung, Trommeldurchmesser ca. 30 cm für Geflügel, Geflügel, Enten, Gänse und auch leichte Truthähne. Die Trommel und auch Immobilien sind aus Edelstahl gefertigt. Das Werkzeug hat 98 zupfende Finger. Die Finger eliminieren die Federn in Sekunden. Mit einem einfachen On-Off-Schalter kann diese Maschine bis zu 8 große Vögel in einfachen Sekunden zupfen. Ideal für den Einsatz in der Landwirtschaft oder in einem Schlachthof, wurde es speziell für die fleischverarbeitende Industrie sowie kleine Metzgereien entwickelt. Nummer 4. JUEVO Automatische Geflügelpflücker Hühnerpflücker Geflügelpflücker Leistung 1500 W, elektrische Motordrehzahl 275 R-Minuten, Pfannengröße 50 cm, Fähigkeit 2 bis 4 Hennen pro Zeit, Laufdichte 0,6 mm, Plattendicke 0,3 mm, kleines Design eingebaute Rohre, Ein-Ausschalter. Schließen Sie die automatische Zupfanlage direkt an den Schlauch an, so dass die Wasserzufuhr zur Beseitigung von Federn aus der Henne verbunden ist. Einfach zu bedienen den Pflücker einschalten, einen Vogel oder ein Huhn in den Topf legen. 30 Sekunden später haben Sie einen völlig gezupften Vogel. Maximum hält 6 mittelgroße Vögel oder 2 bis 4 Hühner auf einer Zeit. Breite Anwendung der Geflügelpflücker ist perfekt für eine Reihe von Vögeln wie Wachtel, Taube, Perlhuhn, Bandamm, Truthahn, auch für Vögel nach der Jagd. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Bequital BRM 1600 Geflügelupfmaschine. Für kräftige Gänse und Puten, spezialisierte Geflügel-Feuchtigkeits-Twerzing-Ausrüstung auf Rollen mit automatisierter Bewässerung. Ideal für Hühner mit einem optimalen Gewicht von bis zu 20 kg pro spezifischem Haustier oder 32 kg Gesamttonnen. Elektrische Gänse-Zupfgeräte auf Transportrollen kann gestoppt werden, haben eine eingebaute Wasserspülung sowie Frühlingsauswurf. Speziell entwickelt Twirzing Finger für noch mehr Effektivität, Gehäuse sowie Trommel aus Edelstahl. Die Verarbeitung und die erstklassigen Materialien der mechanischen Komponenten sowie elektronische Geräte machen die Twirzing-Maschine perfekt für den kontinuierlichen industriellen Einsatz oder ambitioniertes Metzger-Metzger-Hobby. Kupfergewickelter 2200 Watt Motor, riesige kugelgelagerte Antriebswelle mit Fettnippel-Bereich, Spritzwasser geschützte Kondensatoren, Spritzwasserschutzabdeckung für den Elektromotor, zusätzliche Motorbereichsabdeckung für noch mehr Arbeitssicherheit. Nummer 2. Zipper CGRM 1100 Geflügelrupfmaschine. Effiziente Entfernung von Federn, Fläche für zwei Hennen, der integrierte Bewässerungsring hält beide Hände kostenlos für andere Aufgaben, tragbare und effektive und auch wartungsfreie Motor, schnelle und einfache Reinigung dank der Schnellwechselwanne rostfreie, lebensmitteltaugliche Wanne heimt die bakterielle Entwicklung und ist sehr leicht aufzuräumen. Einfacher Transport durch starke Gummiräder mit Kugellagern. 111 wechselbare Gummifinger pflücken die Federn und entfernen Staub von der Haut. Motorleistung 1000 W, Spannung 230 V 50 Hertz, Trommeldrehzahl 300 Minuten 1, Sicherheitsklasse IP55, Gewicht 28 Kilogramm, Abmessungen bei der Einrichtung 790 X 680 X 915 mm, Wasserverbindung 3 Schrägstrich 4. Und die Nummer 1 unserer Liste. Geflügelrupfmaschine mit Wasseranschluss für. Solide 2200 Watt Leistung, Edelstahltrommel mit abgerundeter Kante. Trommelgröße ca. 60 cm mit Wasseranschluss und wassergeschütztem Schalter. Geeignet für Geflügelleichte Gänse und auch leichte Trottähne, nicht enden beachten Sie die entsprechende Entwicklungstemperatur, machen Sie einen Handtest. Bei abschließbaren Rollen, Grundplatte und auch damit beschäftigt, liegt der Schwerpunkt auf der Fähigkeit. Masse 70 cm X 70 cm X 105 cm, Gewicht ca. 65 Kilogramm. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.